Arbeit bedeutet für mich Kraft, Vision, Mut, Bewegung, Inspiration. Arbeit ist für mich tatsächlich eine Bereicherung meines Alltags, wissend, dass das nicht alle so sehen. Für viele ist Arbeit eine Belastung, Arbeitsleid und die können Arbeit nicht so feiern wie ich. Die Sache ist aber die, eine Woche hat 168 Stunden, nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich jetzt jeden Tag acht Stunden schlafe, angenommen sind schon mal 56 Stunden weg. Jetzt ziehen wir weitere 40 Wochenstunden ab, in denen ich mit meiner Arbeit Geld verdiene. Was bleibt übrig? 72 Stunden Freizeit. Ich finde das gar nicht so schlecht. Das System ist gut. Und was bringt die Zukunft? Ich weiß es nicht. Ist mein aktueller Job durch künstliche Intelligenz gefährdet? Definitiv. Ich habe nämlich keine Lehre gemacht, ich bin Wissensarbeiterin. Was ich also in zehn, fünf, drei Jahren machen werde, ich weiß es noch nicht. Aber egal was kommt, ich freue mich drauf.